Herzlich Willkommen zum wöchentlichen Newsletter von Donnerstag, dem 11.07.2024 von Amir Zafvati. Schalom an diesem Donnerstag. Was soll ich sagen? Manche Wochen sind einfach schwierig. Die letzte Woche war da keine Ausnahme. Mein Land leidet. Wir befinden uns in einer sehr prekären Lage angesichts dessen, was intern in Gaza und im Norden mit der Hisbollah geschieht. Es wurde bestätigt, dass sowohl unser guter Freund Yitzhak Cohen als auch seine Verlobte Geneva Lopez auf den Philippinen aus unbekannten Gründen ermordet wurden. In dunklen Zeiten wie diesen bin ich gezwungen, mich daran zu erinnern und Zuflucht in der Tatsache zu finden, dass Jesus eines Tages das letzte Wort haben wird. Johannes 16, Vers 33 Die Realität ist, dass uns nie versprochen wurde, dass wir immer alle Umstände verstehen würden. Uns wurde nie zugesichert, dass es keine Zeiten des Chaos und der Zweifel geben würde. Wie der verstorbene J. Vernon McG einmal sagte, man kann nicht von der Geistigkeit, Prömmigkeit von gestern leben. Ihr und ich müssen jeden Tag, wenn wir aufstehen und jeden Abend, wenn wir uns niederlegen, Gottes Angesicht suchen. Es ist schön zu wissen, dass er immer bereit ist, unser sicherer Ort zu sein. Nahum 1, Vers 7 Gütig ist der Herr, eine Zuflucht am Tag der Not, und er kennt die, welche auf ihn vertrauen. Gestattet mir, euch über einige wichtige Updates des Dienstes zu informieren, bevor ich zu berichten beginne, was in meiner Region der Welt passiert. Der Dienst Am Montag fand unser allererstes Connect Q&A mit meinem lieben Freund Pastor Barry Stegner statt. Ehrlich gesagt ist das eine meiner Lieblingssendungen, die wir machen. Sie ist informativ, interessant und in gewisser Weise ist sie erfreulich unberechenbar. Schaltet unbedingt nächsten Montag um 18 Uhr für die zweite Folge ein. Ihr könnt eure Fragen im Kommentarbereich auf YouTube oder Facebook stellen. Am Dienstag habe ich ein weiteres Nahost-Update gegeben. Diesmal jedoch live von Connect. Ich sprach mehrere wichtige Themen an, die Israel und meine Region in der Welt direkt betreffen. Hört es euch unbedingt an, um auf dem Laufenden zu bleiben. Gestern habe ich hier bei Connect einen sehr wichtigen Podcast mit meinen guten Freunden aus dem Vereinigten Königreich, Jeff Corso und Tommy Fredwell aufgenommen. Wir diskutierten die Frage, gibt es einen Völkermord in Gaza? Dieser Podcast wird nächsten Mittwoch, den 17. Juli um 18 Uhr auf allen unseren Plattformen veröffentlicht. Ihr werdet dieses faktenbasierte, die Wahrheit entlarvende Gespräch nicht verpassen wollen. Schaltet morgen Freitag um 21 Uhr auf Facebook und YouTube ein, um meine Lehre, die von Gott festgesetzte Zeit, God's Appointed Time, zu hören. Gott hat verfügt, dass bestimmte Ereignisse stattfinden müssen, aber dass sie nicht vor ihrer festgesetzten Zeit geschehen werden. Gott hat uns durch sein Wort nicht nur wichtige Ereignisse offenbart, die noch nicht eingetreten sind, sondern auch Dinge, die diese Ereignisse begleiten werden. Verzögert Gott etwas oder läuft alles nach Plan? Wie sollte ein Christ leben, wenn er weiß, dass die von Gott bestimmte Zeit näher rückt? Folgt der Botschaft von Amir, der die Antworten auf diese Fragen in Gottes Wort findet. Wieder einmal bin ich über allemaßen dankbar für eure ermutigenden Nachrichten, eure inbrünstigen Gebete und eure treuen finanziellen Segnungen, die unsere Arbeit täglich ermöglichen. Die Art und Weise, wie Gott durch eure Großzügigkeit und Selbstlosigkeit für uns gesorgt hat, ist einfach überwältigend. Während ich euch einen kompakten Überblick über die wichtigsten Ereignisse der letzten Woche in meiner Region gebe, möchte ich euch daran erinnern, meinen Telegram-Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Auf Telegram poste ich in Echtzeit Nachrichten über biblische Prophezeiungen und aktuelle Ereignisse. Und es ist die einzige Plattform, die es mir ermöglicht, transparent zu sein und die Wahrheit zu verbreiten. Der Nahe Osten Die Lage in Gaza Nach der Rückkehr des Leiters des israelischen Geheimdienstes Mossad aus Katar in der vergangenen Woche schien ein Waffenstillstand in Aussicht zu stehen. Bis zu diesem Zeitpunkt in dieser Woche scheint jedoch das Gegenteil der Fall zu sein. Zu Beginn dieser Woche wurden bei einer IDF-Operation in Gaza-Stadt etwa 150 Terroristen getötet. In der gleichen Operation zerstörten unsere Truppen ca. 6 Kilometer des unterirdischen Tunnelsystems. Dies ist zwar ein großer Erfolg, aber die IDF verlieren im Gazastreifen immer noch Menschenleben. Wie ich schon früher gesagt habe und auch jetzt wiederhole, gibt es keine Hungersnot in Gaza. Versucht die Hamas, so viele Hilfslieferungen wie möglich zu blockieren und jeden zu töten, der versucht, sich Zugang zu verschaffen? Ja. Aber es gibt keine Hungersnot in der Region. Diese Psychopathen schlugen eine Gruppe von Menschen in der Öffentlichkeit, brachen in mehrere Knochen und töteten sie dann am helllichten Tag, nachdem diese Menschen versucht hatten, Essen zu holen. Meine Frage. Wo bleibt die internationale Empörung? Keine Juden, keine Nachrichten. Und ja, fast jede Woche finden wir neue Beweise für die Beteiligung des UNRWA an dem Massaker vom 7. Oktober. Aber wir haben hier in Israel andere ernsthafte interne Probleme. Ratet mal, womit der Chef des obersten israelischen Geheimdienstes in den Monaten vor dem 7. Oktober beschäftigt war? Er schrieb ein Buch über die Gefahren des Klimawandels. Der Kult um den Klimawandel ist nicht nur dumm, sondern auch gefährlich. Meiner Meinung nach müssen alle Top-Generelle Israels jetzt nach Hause gehen. Zunehmende Spannungen im Norden Infolge des täglichen Raketenbeschusses durch die Hisbollah über unsere Nordgrenze sind Brände in der gesamten Region Galiläa an der Tagesordnung. Ich habe oft gesagt, der Norden Israels steht in Flammen. Nun, das ist keine Übertreibung. Aber Brände sind nicht unser einziges Problem. Diese Terroristen greifen bereits zivile Gebiete in Nordisrael an. Erst vor wenigen Tagen wurde ein Haus in der Stadt Kiryatschmona direkt getroffen. Natürlich führt Israel weiterhin gezielte Angriffe im Libanon durch, um wichtige Hisbollah-Mitarbeiter und militärische Einrichtungen auszuschalten. Wir haben sogar einen hochrangigen Ingenieur getötet, der für das Luftabwehrsystem der Terrorgruppe verantwortlich war. Abgesehen davon haben wir es immer noch wöchentlich mit einem mehrfachen Raketenbeschuss zu tun. Und trotz der Behauptungen der Hisbollah, dass ein Krieg mit Israel nicht unmittelbar bevorstehe, könnte das nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein und ihre Bereitschaftsaktionen zeigen, dass sie das wissen. Darüber hinaus kommt es immer wieder zu Eskalationen. Erst vor wenigen Tagen wurden die Leibwache des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah und ein hochrangiger Kommandeur des Korps der Islamischen Revolutionsgarden, IRG Cegel, getötet. Dies geschah, als die ADF das Fahrzeug zerstörten, indem sie von Syrien nach Beirut, Libanon unterwegs waren. Israel trauert jedoch um zwei Zivilisten, die diese Woche beim Einschlag einer Hisbollah-Rakete in ihr Fahrzeug auf den Golan-Hören getötet wurden. Das Ehepaar hinterlässt drei Kinder. Einsatz im Westjordanland Bei all dem, was passiert, vergisst man leicht, dass die ADF und andere israelische Spezialeinheiten täglich im Westjordanland operieren. Unsere Truppen töten auch dort regelmäßig Terroristen. Die ADF töteten an einem Tag sieben Terroristen in Jenin im Nord-Samaria. Iranische Aktivitäten Lasst euch nicht täuschen. Während die Welt mit Israel und dem Gazastreifen abgelenkt ist, ist der Iran immer noch auf dem Vormarsch. Wenn die Islamische Republik nicht damit beschäftigt ist, anti-amerikanische und anti-israelische Proteste in den USA zu finanzieren, ist sie damit beschäftigt, ihre Aktivitäten an ihren Atomanlagen im ganzen Land zu verstärken. Frankreich Ein Land, das der USA ähnlicher wird. Nach den gefährlichen und enttäuschenden Wahlen in Frankreich in der letzten Woche, bei denen die konservative Partei verlor und der muslimische Einfluss erheblich zunahm, haben tausende französisch-jüdischer Familien Aliyah-Anträge gestellt. Darüber hinaus sind die Anträge französischer Juden nach Israel umzusiedeln, seit Oktober 2023 um 430 Prozent gestiegen, da der Antisemitismus und die Unsicherheit nach den Wahlen sprunghaft angestiegen sind. Antisemiten machen das Leben für Juden auf der ganzen Welt unmöglich. Sie sind genau der Grund, warum wir einen jüdischen Staat brauchen. Aber auf einer breiteren Ebene ist das, was sich in Frankreich mit dem Aufstieg der progressiven Bewegung und dem islamischen Einfluss abspielt, kein isoliertes Problem. Und genau wie die herrschenden globalistischen Eliten hinter dem Kandidatenherr waren, den das Volk in Israel und den USA wollten, geschieht das Gleiche jetzt in Frankreich. An der Seite Israels stehen Es ist viel wichtiger, mit wem man sich selbst identifiziert und zu wem man steht, als für wen der Mob steht. Gott hat Israel wegen seiner Sünden gerichtet. Aber Gott hat und wird immer die Feinde Israels für ihren Hass gegen sein Volk richten. Lasst niemals den geistlichen Zustand des Volkes Israel zum Vorwand nehmen, es zu hassen und gegen es vorzugehen. Nach Haria 2, Vers 12 Denn so spricht der Herr der Herrscharen. Nachdem die Herrlichkeit erschienen ist, hat er mich zu den Heidenvölkern gesandt, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Der Herr ließ die babylonische Eroberung und die Gefangenschaft seines Volkes zu. Aber ratet mal was. Er hat die Babylonier für ihre Taten gerichtet. Jeremiah 51, 24 Und ich will Babel und allen Bewohnern Chaldeas alles Böse vergelten, das sie Zion angetan haben vor euren Augen, spricht der Herr. Christen stehen, oder sollten zumindest, weit über allen emotionalen oder intellektuell begründeten Argumenten zum Konflikt im Nahen Osten stehen. Es ist wichtig, dass ihr einen biblischen Glauben habt, der durch den Heiligen Geist, der in euch ist, gestärkt wird. Ohne ihn hättet ihr nie in der Lage sein, richtig zu unterscheiden und euren Standpunkt zu vertreten. Das Recht Israels zu existieren, sein Land zu besitzen und sich zu verteidigen, ist biblisch. Das war schon vor dem 7. Oktober so und das ist es auch danach noch. Bleibt standhaft in diesen letzten Tagen. In Erwartung seiner Rückkehr Amir Zafati Lehrreiche und spannende Bücher von Amir gibt es in deutscher Übersetzung beim CMV, christlicher Medienvertrieb Hagedorn, im Internet und einige Links sind auf englisch im schriftlichen Newsletter in der Videobeschreibung unter mehr abrufbar, direkt unter dem Videotitel.